Hey Leute was ihr da habt? Heute zocken wir mal To Forest Wie ihr seht ich hab schon ein bisschen da gebaut Alles Dings da Und ich hab schon hier alles gegessen Snacks genommen alles So das jetzt Ich hab auch ein bisschen Ich hab schon Dings da das alles geholt Die moderne Axt Aber jetzt gehen wir Hier kurz raus Sammeln Stücke ein Das ist meine Base Aber da gehen wir gleich Und was ich euch sagen wollte Das ist eine Map die Ohne Zombies ist Okay Weil ich bin dann noch ein Kind Und damit Nicht Durch einer In mich Löscht auf die Tür und sowas Wir sammeln hier Baum auf Schnell einsammeln Einen Sammeln Ey 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 Wuhuuu Boom Hier Hä Hä Gleichsam nicht Ich muss ihn bauen Hier nehm Den Nächsten auch Irgendwie ihm hier Warte ich kann jetzt hier mein Hauswende bauen Ey Denk ich Ja Ja noch ein Dienstag Holz Ja Ich hab ein Haus Sieht ihr Leute das ist so easy Ich hab schon ein Haus wieder Gebaut Guck mal wie geil das ist Ich kann jetzt Warte ich Mach kurz das kaputt Boom Schneller Ja okay Ich hab es kaputt gemacht Und wie sieht Ich kann hier die Kissen Kartoffeln kaputt machen Ein Sammeln Wie sieht hier Ich kann Ich kann kurz Hallo Avera Wie sieht hier haben wir ein Teich Und ich hab schon mir Dings da gebaut Schau mal Ich kann jetzt Fische Einsammeln Aber das ist schwer Kann man sagen Ein bisschen Ich geh mein nächstes Holz einsammeln Damit es nicht verschwindet Oder es ist weg Leopardiert Keine Ahnung Gleich gehen wir Gleich gehen wir zu meine Bäschen Suchen uns eine neue Base Okay Kaputt Einsammeln Hier Alles zerstören Kaputt Kaputt Noch eine Kisse Was soll ich meine Kleinung tauschen Wenn ich lasse die Style Ich habe den Bäume Bäume auf so ein bisschen Bäume auf die Schilder nicht ein Flugzeug Richtung Didier okay gut wow wie viel holen das aus schnellen muss nie nach steine sammeln dann ist es ist und stings dienst du uns uns kristinein sammeln Ich hab hier eine Flamme. Ja, läuft, wackeln. Wie nennt man das? Ach, egal. Okay, warte, das markieren wir als blau. Wo ich schon wollte, ich will Dingstar, eine Base neben Strand finden. Und bitte lasst ein Abo und ein Like da, damit... Ich will zumindest zwei Likes haben, damit ich sehe, dass ihr weiter die Folge von The Forest machen wollt. Also, ja. Schnell. Okay, ich hab schon so viel Holz. Ich baue hier erstmal meine Anfangsbasis. Wie findet ihr? Wir können hier erstmal anfangsbasis... Also, da hab ich auch schon ein Base... Ein Base ist gebaut. Aber da lohnt es sich nicht mehr, weil... Was kann ich da machen? Gar nichts. Blockhütte. Ich nehm mal ein eigenes Haus bauen. Warte. Eigener Boden. Nein, nicht dieses. Plattform, 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 Plattform. Hä? Nein, nein, nein. Ich bin nicht der Beste in The Forest. Ich baue schon ein eigenes Haus. Blockhütte. Wir können es so hoch machen, wie wir wollen. Wir haben trotzdem keine Zombies auf der Welt. Deswegen können wir so hoch bauen, wie wir wollen. Kein Mutant wird uns dann kaputt machen. Wie soll der denn kaputt machen, wenn ich ohne Zombies eingestellt hab? So tief, wie es möglich ist, weil... Hier ist die Brotza... Was? 90 Holzfass. Ich hab' nicht so viel Holz, aber... Hier wird unser erstes Haus sein. Let's go. Ey. Eingesammelt. Wo war der PC? Wo war der PC, man? Hier. Ja. Hier baut man noch mal Bombe, das. Alkohol. Oh, und noch Münzen. Es wird langsam schon... Es wird langsam schon Nacht. Ich muss Essen sammeln gehen. Shit. Gleich. Jetzt mal hier... SOS bauen. Schnell Holz sammeln. Was nicht auf, dass es auf meinen... Ja, auf Hass kann es eh doch gehen. Eigentlich ist es egal, weil... Das Haus ist eh doch noch nicht zu Ende gebaut. Geh, 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 weiter, weiter, weiter. Geh, 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 nach vorne, nach vorne, nach vorne. Nein. Doch. Doch. Hier ist noch weitere Holz. Die hintere Wand, die hintere Wand, meinte ich, gibt schon Dings da. Schreib mal in die Kommentare, ob wir ein neues Season machen werden, wenn wir dieses Season schon auf die keinen Bock haben. Dann sollen wir die ganze Zeit spielen. Hibbeleut ein Haus. Wir machen das Haus zu Ende. Ich habe eine Münze eingesammelt. Warte. Hier in Münzen. Hä, warum geht das nicht? Ich komm. Ja, noch ein Motto. Ja. Ich habe eine Bombe gebaut. Das erste Mal. Was? Ich habe Bombe gebaut. Das erste Mal einfach. Let's go. Let's go. Ja, ich muss mir trinken. Aber das machen wir, wenn ich richtig Durst habe. Jetzt habe ich voll Durst. Nein, Spaß. Ich habe nur einfach genommen, weil ich trinken wollte. Ich mach dich schnell das. Feuerzeug. Wo ist denn? Wo ist denn der Holz? Wo ist denn der Holz? Eidechse! Hey, bleib stehen. Sogar noch Haas. Hase. 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 ich muss rot ab mann Warte aber dafür mach ich mich hier sich hier ja für sich die Klagerfeuerbau nun direkt essen die Hütte im Hintergrund meine Eltern klar geht drauf nicht wieder zurück wieder zurück wieder zurück wieder zurück muss essen weil ich voll Hunger gehabt ich bin eigentlich bin ich könnte es für morgen lassen weil ich morgen noch mehr Hunger ja ich hab noch ein Topf gut wartet ich muss hier k dennoch ein Fisch hier zweifische das voll gut ich bin nicht schon mal an ich bin schnell da ist die Skippen das macht die grünen Nö ich hab nur Spaß gemacht wir machen gut mein Lieblingsfamme und ich hab euch bei Apex Video gebietet ich weiß nicht ob ich ob ihr das geschickt reingeschrieben habe aber ich hab euch gebietet da damit die eure Lieblingsfamme in die Kommentare da rein schreibt vor macht die das nicht die Snacks okay gut jetzt kann ich pennen gehen oder da m ich bin ich bin Penden gegangen und jetzt gehe ich ich weiß nicht ob ich hab noch nie was ein Topf eingefüllt Mann ist es so oder wie ein was hat nun da wie nein hey wie kann man noch mal was reinfüllen Warte, ich geh da, da ist auch ein Dings da. Da ist auch Wasser. Da kann, da denke ich, kann man Wasser reinfüllen. Und top. Da habe ich auch schon ein bisschen gebaut, aber... Ja, jetzt habe ich Wasser, aber man muss einfach nur reinlaufen. Endlich. Mensch. Ja. Was ich euch zeigen wollte, was ich noch bauen wollte. Garten. Garten. Ich lüge nicht. Wir können so lange, wie wir wollen, machen, wusste ich nicht. Ich mach mal so. Los, okay. Hier holt's easy. Ich geh hier, baum einsammeln. Schaut mal in die Kommentare, was ist euer Lieblings über ihr Leben spielen. will ich ernsthaft richtig wissen. Nein! Nein! Fehler, Fehler! Fehler, ja! Ja! Schnell, Vogel. Okay, habe ich schon einen Fisch und ein Fleisch. Schon wieder muss er! Geht es ernsthaft nicht? Ich trinke halt so, oder? Mensch! Hier lasse ich meine Allure-Vera wachsen. Ich mache den Vogel mal wieder. Warte, 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 warte. Das ist unnötig. Das ist auch unnötig. nötig vor der Fehler 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 sind wichtig ich hab voll vergessen wir mussten doch noch das hauswände bauen okay komm ich nimm das dann hier bam 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 und immer noch stärker noch stärker muss im wenn ihr auf controller spielt und auf pc muss drei expand dann äh ding star dann könnt ihr den baum in die richtung die ihr wollt bewegen das finde ich nice gemacht er wisst ihr überhaupt wie tefors altes es gibt schon seit 2012 oder 2013 das richtig alter spiel und es spielt noch mein lieblings youtuber für wir sagen dass der aus meinem land ist das der beste youtuber fortnite äh der vorspieler was für fortnite bestimmt lacht jeder in die kommentare ich brauche noch so viel warum habe ich es nicht zu Ende gemacht ich brauche noch 60 60 ja ich könnte sagen sie 60 stück brauchen wir noch von holz lass mich kurz gucken ja fast 60 jungen denn warum benutze ich diese pkx zu schlagen bei schau mal nicht diese pkx benutzen schau mal wie die langsam schlägt ich schiebt voll langsam aber wenn ich diese mode moderne ax benutzen dies so stark jetzt habe ich hier holz 1 also ich habe gefragt was ist eure lieblings ziel berlin spielen ich sage meins ist der folge ist weil es so spaß macht muss ich sagen das macht so spaß aber allein mit zocken macht es nicht so viel bock ich bin bin ich auch Fans noch nicht mal zu Ende gebaut mit die Kapitel ich kann mit ich gehe jetzt mal was laber ich da ich gehe jetzt hier mal Bäume ausschneiden so kaputt machen und danach was ich euch sagen wollte wenn wir dieses Haus zu Ende gebaut haben mache ich aus und vielleicht heute oder morgen kommt ein neues Video von The Forest das bringt so viel hofft holz ab das haus schnell macht nach da direkt nix im baum kaputt machen wee 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 boom boom nicht doch 19 Stück und dann 80 Stück und dann wartet 8 Stück oder sowas dann sind fertig doch das die gs fast keine bäume mehr hier waren überall bäume jetzt in die alle Welt die Bomben kaputt hier weiter 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 direkt nix im baum geht doch jetzt im in das in 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 und also wir brauchen auch noch ein Holz hatte das sind noch drei fast drei Bäume zwei Bäume noch sowas 9 zum Glück hat es nicht getroffen mein Eingang zur Flugzeug ich wusste es dass die Klinik ich mach mir gleich Essen wow ich hab gesagt drei Bäume nein nein nur noch einen Baum und dann bin ich fertig let's go unser Haus ist fertig ja Mensch let's go mm 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 let's go bum 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 Es wird kalt, oder? Boah, wie viel Austausch verloren hat, nur wegen das alles. Ja, endlich, Mensch! Drei Sachen haben ein Video gebaut, alles. Wartet. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wir enden damit so das Video. Morgen oder heute kommt wieder ein neues Video. Baue ich noch hier ein Lagerfeuer. Ich mache mich schnell Essen. Und ja, tschau und bis nächstes Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.